Wenn wir nun in Dreamweaver eine Webseite mit PHP entwickeln möchten, so brauchen wir dazu, das habe ich schon erwähnt, in unserer Entwicklungsumgebung einrichten, einige Voraussetzungen. Und jetzt kommen sie zum Tragen. Wir müssen natürlich schauen, dass unser Server, hier unser Apache-Server unter XAMPP auch läuft. Das zweite ist, unsere Webseite bzw. die Dreamweaver-Site muss entsprechend eingerichtet sein. Gehen wir also nochmal auf Sites verwalten. Hier habe ich schon die Site-PHP-Test eingerichtet. Und wenn wir hier mal schauen, als Server steht dann auch unser XAMPP-HT-Docs-PHP-Test-Verzeichnis drin. Ganz wichtig, der Haken muss auf Test-Server liegen. Wenn wir das also richtig eingerichtet haben, dann können wir direkt mit PHP loslegen. Ein Tipp noch, und das erleichtert unsere Arbeiten im Folgenden, denn wenn Sie bei Bearbeiten unter den Voreinstellungen als neues Dokument nicht HTML auswählen, sondern PHP, dann wird automatisch die Endung als PHP gesetzt und wir haben sofort auch unsere PHP-Arbeitsleiste in der Einfügen-Leiste integriert. Ein Klick auf OK, neue Seite PHP und wir erhalten eine leere. Übrigens auch ganz klar, wenn Sie über STRG N eine leere Seite anwählen, können Sie genauso wie hier HTML auch PHP die gleichen Voreinstellungen wählen. Das bedeutet, es muss nichts geändert werden und Sie können natürlich auch jede HTML-Seite umbenennen in PHP. Es würde sich nichts ändern, denn wir haben ja bis jetzt in unseren HTML-Seiten keinen PHP-Code drin. Nun, PHP in der Entwurfsansicht zu erstellen, ist so gut wie unmöglich, denn alles, was wir sehen, ist ja nur das Ergebnis einer Rechenleistung, die auf dem Server stattfindet. Das heißt, so leid es mir tut, wir müssen jetzt ins Gras beißen und im Code arbeiten. Eine kleine Vorbereitung möchte ich allerdings noch machen. Das mache ich gerne, wenn ich Testdateien erstelle und zwar zwei Zeilen schreiben. Einfach zwei Wörter, wie hier zum Beispiel Anfang und einige Zeilen unten drunter Ende. Der Grund ist ganz einfach. Wenn wir jetzt in den Code mal hineinschauen, dann haben wir hier einen Bereich ganz oben sozusagen an der Seite und sozusagen die letzte Zeile und wenn ich mich darauf einlasse, einfach hier zwischendrin unseren PHP-Code einzufügen, dann weiß ich, wenn diese Seite geladen wird, tatsächlich, der wird auch ausgeführt und es liegt nicht am PHP-Fehler, sondern die Seite kommt auch tatsächlich an. Was das bedeutet, das zeige ich Ihnen gleich. Fügen wir hier also mal zwischen diese zwei Zeilen ein paar Leerzeilen ein und Sie wissen ja, Leerzeilen werden ignoriert. Der einfachste Befehl in PHP ist der Echo-Befehl. Alle PHP-Befehle müssen in einen sogenannten Codeblock eingefügt werden. Klicken Sie direkt auf Echo, gibt es allerdings einen Codeblock mit dem direkten PHP-Befehl Echo. Ein PHP-Befehl, wie Echo, muss sehr häufig Informationen erhalten, wie hier zum Beispiel, was denn überhaupt ausgegeben werden soll. Das wird im Regelfall in Klammern geschrieben, in runden Klammern und bei unserem Fall sogar mit Anführungszeichen ein Text darin und es soll nicht nichts ausgegeben werden. Sie sehen ja, es ist leer, sondern zum Beispiel einfach ein Wort wie Hallo EHP. Ganz wichtig, Sie können auch hier natürlich alles in einzelne Zeilen umbrechen. Das ist von Vorteil, denn wir werden nachher ja viele Codezeilen hintereinander haben und dann ist wichtig, dass Sie jede Zeile mit einem Semikolon abschließen. Das ist ein sehr häufig gemachter Fehler. Erst wenn dieses Semikolon eingesetzt ist, dann funktioniert das Ganze auch. Nun, die Seite muss einmal gespeichert werden, speichern wir das Ganze also ab. Test01 habe ich schon angelegt, dann sagen wir einfach mal Test02 und zwar .php und diese Seite müssen wir nun auf unserem Server testen. Alles da. Anfang, Hallo PHP und Ende. Nun zeige ich Ihnen, warum es wichtig ist, dass wir dieses Anfang und Ende einmal drin haben. Ich schalte nämlich dazu einfach mal unseren Server aus und wenn ich diese Seite dann noch einmal im Browser teste, dann kommt zumindest mal ein Seitenladefehler. Schalten wir den Server wieder ein und setzen diese Stelle zum Beispiel an eine vollkommen falsche Stelle, sagen wir mal ganz oben hin, dann wird das Ganze auch an der entsprechend falschen Stelle wie hier zum Beispiel ganz oben angezeigt. Anfang und Ende dient mir also zur Orientierung, an welcher Stelle ich gerne meine Informationen eingefügt haben möchte. Kleiner Hinweis noch, auch das, was wir jetzt sehen, Hallo PHP, wäre eigentlich vollkommen richtig. Wir können in PHP oder andersrum, wir können PHP in unserem Quelltext an eine beliebige Stelle setzen, also auch noch bevor überhaupt ein Zeichen HTML-Code wie hier in Zeile 8 an unseren Client gesendet wird. Das ist ab und an sogar notwendig. Einige Befehle lassen sich nicht innerhalb des HTML-Kontextes ausführen, zum Beispiel das Setzen einer Session. Das muss vor der HTML-Code-Geschichte geschehen. Andere Befehle müssen natürlich innerhalb des HTML-Textes stehen und wenn wir uns noch einmal den Quellcode unseres letzten Dokumentes anschauen, dazu habe ich ja hier die Webdevelopers Toolbar, dann sehen wir, dass Hallo PHP eigentlich außerhalb unseres HTML-Kontextes steht und das wäre nicht korrekt. Achten Sie also darauf, wenn Sie PHP programmieren, immer an welcher Stelle Ihr PHP-Code steht. Und dazu lernen wir jetzt in den nächsten Lektionen entsprechende Befehle und deren richtige Platzierung in unserem Quelltext. Vielleicht noch einmal die Erklärung, was denn hier in diesem Dokument geschieht. Nun, PHP-Seiten werden zuerst von unserem Server interpretiert. Das bedeutet, der Server schaut sich an, gibt es irgendwo Stellen, die mit einer Spitzenklammer Fragezeichen PHP beginnen. Abschnitte von hier bis zum schließenden Tag werden dann vom Server interpretiert und ausgeführt. Die entsprechenden Anweisungen, was der Server machen soll, geschieht in sogenannten Befehlen. Hier der Befehl Echo, der so viel bedeutet wie gib etwas aus. Dann wird an dem Befehl Echo in Klammern das übergeben, was ausgegeben werden soll und in unserem Falle ein entsprechender Text, nämlich Hallo PHP. Um die Syntax korrekt abzuschließen, ist es dann unter anderem notwendig, ein Semikolon hinzuzufügen. Diese Zeile kann natürlich mehrfach untereinander stehen bzw. auch unterschiedliche Inhalte haben. Alle diese Befehle werden dann nacheinander vom Server abgearbeitet und es wird nur das ausgegeben, was auch tatsächlich in den Anführungszeichen steht, nämlich Hallo PHP. Alle anderen Teile inklusive dieser PHP Tags werden dann vom Server entfernt und übrig bleibt natürlich nur der HTML Code, dann unser Text Hallo PHP bzw. hier mehrfach und dann natürlich wieder den restlichen HTML Code. Das alles zusammen ergibt dann die Webseite, die angezeigt wird. Nun können Sie sich vorstellen, wenn ich hier statt Echo zum Beispiel den Pfad eines Bildes ausgebe, dann erscheint das entsprechende Bild, da es korrekt gelingt ist. Ich kann natürlich auch ganz komplexe HTML-Bereiche innerhalb des Echo-Befehles angeben. Das zeige ich Ihnen einfach mal als Beweis. Ich lösche hier einfach mal diese Befehle hier heraus, schnappe mir diesen Code und füge den hier ein. Dann können wir dann da unten natürlich auch löschen. Sieht ein bisschen seltsam aus. Schauen Sie mal, wenn ich das ein bisschen zusammenkürze, so sieht das Ganze dann aus. Was geschieht nun? Nun, wir bekommen zum einen diesen HTML-Text ausgegeben und dann eben unser p ende notp body html. Das ist reiner Text, der dann eben ausgegeben wird. Tja, und die Seite ist hier für den Server zu Ende. Das bedeutet, dann sendet er die komplette Seite einfach an unseren Client. Sieht ein bisschen komisch aus. Wir können sie aber gerne mal durchführen und wenn ich jetzt sage vorschau in Firefox dann haben wir Anfang und Ende und der Quelltext der sieht vollkommen korrekt aus Ende und dann wird der Body geschlossen und HTML geschlossen. Wie gesagt im Moment zwar in einer Zeile aber das ist HTML bzw. dem Browser ja vollkommen egal. Wir können also mit diesem Echo Befehl gerade beliebige Sachen ausgeben. Vorsicht doppelte Anführungszeichen bzw. Hochkommatas können wir einen Trick ausgeben dazu gleich mehr.